So, sowas habe ich gesucht. Lass dich mal hier vorbei, ich glaube du bist ein bisschen schneller. Ja, warte, warte, warte. Kein Problem. Oh, hier geht richtig ab. Cool, das nenne ich Gratwanderung. Das nenne ich gerade nur. Jetzt ein Drahtfall. Das ist alles. Wow, krass. Das ist stark. Ja, krass. 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 Musik 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 Anders ging es sich halt hier, ey. Scheiße. Und noch ein Schnee fällt, ey. Jetzt hat es aber aufrecht. Krass, da nochmal. Musik Ok, es ist sicher. Musik 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 Ja, super so, ich sehe gar nichts mehr. Ok. Ein Strich in der Landschaft. Danke. Gerne. Schon größer als wir. Musik Ist die Kamera an oder nicht? Die ist an. So, ja. Soll ich um? Geht an? Das geht auf den Pfeil. Soll ich hier einhalten? Das wäre super. Ja. Genau. Ritt. Ja, ficktes Team. Danke schön. Jo. Das ist fick. Wow. Oh. cool. Äh. Soll exist. Ghost. Das war Fact. Tuhn. Metallmann. zum Schluss. osițiere. Das war. Herrsch, gerade ein gewirritatives. Vermut. Staci sei. Drei. So, Gipfel. So, östliche Kamin-Spitze, der Pulli ist kaputt. 2435 Meter. Gut. Dann geht's mal weiter. So, wenn du zum nächsten Mal. So, das ist ein bisschen wichtig. So, wenn du hier in den Wasser spürst. So, wenn du hier in der Wärmste gehst. So, wenn du hier in den Wohnzimmer nicht gleich bist. So, wenn du hier in der Wärmste gehst. Ich glaube, es geht hier weiter. Ich glaube, es geht hier weiter. Ich glaube, es geht nicht fester als noch die Arme. So fest geht anders. Ich glaube, es geht hier weiter. Ich glaube, es geht hier weiter. Ich glaube, es geht hier weiter. Wow. Okay. Okay. So. Okay. Okay. So stehen wir einfach mal richtig. Tolle Aussicht. Okay. 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 So. Okay. So. 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 Ich gehe mal mit der Lüge, ich würde das sehen. Ja, Schnee aber nicht gern, Schnee, nicht versichert. Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig. Wow, cool. Absolut coole Nummer. Wenn man jetzt noch ein bisschen Ausblick dabei hätte... Geht's hier richtig voll. Geht's vorbei? Geht's ja. Auf die bessere Hälfte. Wer sagt denn immer, dass das die besseren Hälften sind? Ja, echt. Bei uns war jetzt hier im Zweck. Aber okay, wenn der Akte weit spart. Hallo. Hallo. Einmal vorbei. So, bitteschön. Dir auch.